Und mal so richtig irgendwie geflasht, weil Getown einfach schon so ultra lange Stile Und es einfach nie gecheckt hat, dass man einfach... Yo Leute, willkommen zu einer weiteren Runde Minecraft Getown Und zieht euch mal diesen Skin rein, den hab ich irgendwie grad als Nick Skin Und ich check gerade erst, dass der irgendwie so ein Dirtblock hält Ich mein, guckt euch das mal an Der hat irgendwie die Hände so Und dann da oben ist die Erde Interessant, interessant Wir spielen auf der Map LSD, Ungis Ökosystem und Atlantis Ich hab auch immer nicht so die ganz Standard-Maps Sondern einfach mal ein bisschen Durchmischung Weil ihr euch das auch öfters mal wünscht Und kommt, bevor ihr mit den ganzen Coin-Böcke hier stiehlt Würde ich sagen, schreibt mir da einfach ein und holen uns die Wir haben vor zwei Tagen die 100.000 Abonnenten geknackt Das war so krass, das war 37 Uhr morgens Ich bin grad zu unserer Schule gefahren Und bekomme einfach die 100.000 Abonnenten Ich kenn wirklich keinen YouTuber, der um 7.30 Uhr morgens 100.000 Abonnenten knackt Aber gut, vielen, 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 vielen Dank an jeden Einzelnen Ich mein, wenn man überlegt, wir hatten glaube ich vor zwei Monaten oder sowas Noch so 25.000, 24.000 in dem Dreh Und plötzlich ging es einfach nur noch ab Wir haben teils täglich bis zu 2.500 Abonnenten gemacht Und sind jetzt einfach mal bei insgesamt 100.000 Inzwischen sogar wieder irgendwie schon 101.000 und 500 Abonnenten oder sowas Einfach ultra krass Das ist so heftig Besonders halt, wie gesagt, vor zwei Minuten hatte ich noch 20.000 Und jetzt einfach plötzlich 100.000 Als Dankeschön werde ich auf jeden Fall noch ein Setup-Video wahrscheinlich bringen So ein kleines 100.000 Abonnenten Ihr könnt mir gerne in den Kommentaren schreiben, was ihr davon halten würdet Sozusagen So ein bisschen, wo ich meinen Schreibtisch zeige Ein bisschen vorstelle, was ich so habe zum Aufnehmen Was ich für Monitore benutze In meinem PC so ein bisschen Und okay, das ist jetzt direkt nach unten Auf jeden Fall Monitore, PC, Mikrofon, Tastatur, Maus, alles mögliche Könnt mir gerne in den Kommentaren schreiben, ob ihr Bock darauf habt Oder oben rechts einfach mal abstimmen Das geht nämlich jetzt auf YouTube, hoffe ich mal Ich hab's bis jetzt noch nicht ausprobiert, aber soweit ich weiß Kann man jetzt auf YouTube Abstimmungen machen Was ich richtig nice finde Weil man dann sozusagen nicht mehr diese Squall-Pollings und so weiter braucht Und diese Abstimmung einfach viel, viel spontaner machen kann Also wie gesagt, einfach da oben rechts abstimmen Da kam eben wahrscheinlich so ein kleiner Hedder rein oder sowas Okay, jetzt wurde ich glaube ich runtergeschubst Ich hoffe mal Okay, es war glaube ich sogar der, den ich eben noch hatte Und komm, ich nehme einfach mit in den Tod Weil ich glaube, der hatte mich eben drunter geschubst Der hatte aber noch ein bisschen Rache erlitten Ich hab übrigens heute einen kleinen Trick am Start Beziehungsweise möchte ich euch zeigen Das hab ich völlig vergessen Und zwar möchte ich euch einen kleinen geheimen Angeltrick in Gator zeigen Ist mir letztens erst aufgefallen, als ich gespielt hatte Und dann hab ich so ein paar Leute in der Runde gefragt, ob die den kennen Und die also, nein, was, das geht Ich denke mal, beziehungsweise ich hoffe mal Dass den niemand von euch kennt Weil der ist wirklich Da kommt man nicht drauf Das ist ultra krass Das hat nicht irgendwie was mit krassen PvP-Sachen zu tun Was man mit der Angel machen kann Sondern so einen kleinen Secret-Trick Ich wusste einfach gar nicht, dass es funktioniert Und deswegen will ich euch das heute mal zeigen So, okay Jetzt bekommen wir gerade noch so ein paar Kräuter Das finde ich ganz gut Weil wir am Anfang runtergefallen sind Und vielleicht können wir uns sogar gewinnen Hier rauf Und perfekt Okay Dieser Skin einfach Guck dich den mal an Der ist voll cool eigentlich Ich finde den cool Man muss den erstmal checken Aber Dann ist der cool Mal gucken, wie viele Coins wir haben 1044 Okay, wir haben jetzt hier noch Atlantis Oh Oh Sehr gut Und Kommt schon den noch Verdammt Okay, haben wir jetzt nicht bekommen Egal Geben wir einfach nach unten Dann würde ich sagen Probieren wir mal den unten hier zu bekommen So, sehr gut Ihr könnt euch übrigens dieses Resource-Pack Mit dem ich gerade spiele Unter minuspack.de Oder ihr checkt einfach meinen Link in der Beschreibung ab Downloaden Weil ich glaube da fragen noch relativ viele Leute nach Und deswegen wie gesagt Das ist einfach mein Minus-Pack 90k findet ihr auf YouTube Ich glaube so mein vorletztes Video Oder sowas Oder vor Ja, ich glaube vorvorletztes Video Oder vorvorvorletztes Video Aber ist ja auch egal Ich glaube es kam vorhin etwa einer Woche raus Und da hatten wir 90.000 Es sind einfach 100.000 Es ist heftig Okay Ich hoffe einfach mal Dass ich bald den Play-Button bekomme Ich glaube es dauert immer so ein bisschen Habe ich von anderen YouTubern gehört Bis YouTube checkt Dass man 100.000 hat Und dann diesen Play-Button ordern kann Also diese Auszeichnung halt sozusagen Dass man 100.000 Abonnenten erreicht hat Und das finde ich auf jeden Fall Ziemlich cool So und Okay haben wir nicht geschafft Da komme ich auch nicht mehr so easy hoch Dann gehen wir jetzt einfach nach unten Weil ich meine das Atlantis Ich habe die jetzt einfach mal reingenommen Damit nicht immer so viele Leute schreiben Du spielst so ein Irgendes Ökosystem Oder Pongka und LSD Und jetzt mir Mario Und das ist auch alles super easy Da kriegt man so viele Coins Deswegen Habe ich einfach mal Diese Map hier auch am Start Was jetzt nicht so krass ist Und okay da hat jemand anders gewonnen Wir haben 1400 Coins Ich würde mal sagen das ist relativ gut Dafür können wir uns auf jeden Fall Eine Angel kaufen Und das machen was ich vorhabe Und zwar holen wir uns einfach Ein Eisenschwert Eine Angel Sonst mache ich immer noch so eine OP-Burg Weil ich meistens so 2000 Coins bekomme Aber diesmal nicht Und wir holen uns noch Ein paar Level Wir brauchen auch nicht so viele Wir holen uns jetzt einfach mal 40 Stück 50 Stück Ähm Ja okay Das würde 550 kosten Und das hier würde insgesamt Zwei mal das Das wäre Das wäre ein bisschen teurer Holen wir einfach mal das hier Das sparen wir nämlich ein bisschen Und So Eisenschwert Scherp 4 Machen wir einfach mal so Dass wir Verbrennung bekommen Okay Verbrennung 2 Und den Enterhaken Enchantment ist einfach mal ganz hoch Haltbarkeit 3 Sehr schön Brauchen wir natürlich Weil wir ein bisschen mit der Angel heute spielen Wollen ist jetzt aber keine Angeltaktik Sondern einfach nur diesen Trick Den ich euch zeigen möchte Aber dabei spielen wir natürlich ein bisschen mit der Angel So Komplett cool Diamantenrüstung Für uns noch ein paar Goldäpfel Extraherzen Und Kuchen Und ein paar Steaks Okay Eins kann ich mir sogar noch holen Ich sollte aber nicht vergessen zu enchanten Weil das wäre Ja doof wenn ich das vergesse Jeder Fall Soll ich leider kein Wasserläufer Ich sollte vielleicht noch Schutz darauf bekommen Aber Ach Schutz habe ich schon drauf Ich habe nämlich immer Angst Dass dann die Enchantung sozusagen wieder weg Bisschen oder schlechter wird Weil man ja weiter unten enchantet Schutz 1 noch Okay Ist jetzt nicht so die krasse Rüstung Wenn man nur noch 30 Sekunden hat Beziehungsweise fast 0 Sekunden Dann geht das nun mal nicht anders Dann muss man halt schnell enchanten Hauptsache irgendwas Und das mache ich halt meistens auch Ich weiß Seit dem Gettern Update ist das so ein bisschen anders Da kann man halt wirklich darauf warten Was man für eine Enchantung bekommt Das tausendmal rein und raus legen Aber dafür hat man einfach die Zeit nicht in Gettern Finde ich Und deswegen mache ich das einfach immer so Geht es einfach mal nach hier oben Okay Das war ganz so ein bisschen random Und Nochmal auf den Baum hier So Ich weiß echt nicht wie das funktioniert Wann das funktioniert Und warum das manchmal nicht funktioniert Auf jeden Fall geht es manchmal Manchmal wagt es so ein bisschen Ihr wisst ja schon Dass man mit der Angel in Gettern Und nicht einfach nur so ein bisschen PvP worden kann Sondern Dass man Leute hin und her ziehen kann Zum Beispiel Komm das probieren wir jetzt einfach mal Aber ich glaube den bekommen wir nicht Weil der so schnell rennt Ne okay Jetzt ist er eh zu weit weg Also man kann Leute hochziehen Beziehungsweise an sich ziehen Und man kann halt sozusagen Sich selber irgendwo hinziehen Mal gucken ob das jetzt gerade funktioniert Wie gesagt Ich check das echt nicht wie es geht Meistens funktioniert So Aber manchmal halt auch nicht Und Was ich jetzt dazugelernt habe Und zwar Können wir mal machen Wir schmeißen mal Unseren wertvollen Goldapfel weg So da unten ist er Und Wir angeln ihn uns einfach wieder nach oben Man kann sich nämlich Items angeln Es ist mir genau auf diesem Baum hier Auf dieser Map aufgefallen Dass das funktioniert nicht Ich war wirklich so What Das geht Und war so richtig irgendwie Flasht Weil ich gerne einfach schon so ultra lange Spiele Und es einfach nie gecheckt habe Dass man einfach Mit seiner Angel Items nach oben machen kann Ich kann jetzt mal Meine komplette Rüstung gleich wegschmeißen So Ich hoffe mal Dass sich jetzt Kein anderer Spieler die holt Und Komm schon Ey Ich will meine Rüstung wieder haben Oh mein Gott Oh mein Gott Nein, 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 nein Nein, der hat ja meine Rüstung Kann doch nicht sein Oh mein Gott Er hat Das war so dumm Ich habe einfach meine komplette Rüstung weggeschaut Auch noch mein Hanisch Ich dachte ich hätte wenigstens meine Hose nicht Aber nein Es ist der Hanisch No way Nein Wie dumm Ich habe einfach mein Hanisch verloren Und nicht Den Wieder Jetzt werde ich von hinten angegriffen Ich habe einfach meine Hanisch verloren Ich habe deine Brust Aber Ja Die habe ich ja auch nicht mehr Oh Da gibt es ihn wieder Alter Dankeschön Mann Danke Oh Gott Das war so ein bisschen fail Aber es war irgendwie klar Dass es passiert Weil ich es einfach noch so gesagt habe Hoffentlich holt sich das jetzt jemand Und dann ist er einfach gekommen Und hat sich es geholt Aber Er war so nett Und hat es mir wiedergegeben Das finde ich toll So Und Er hat das schlechtere Schwert Gehen wir mal mit der Angel wieder zurück So Jetzt machen wir mal was Hey Okay hat nicht funktioniert Weil ich mache das manchmal Dass ich die sozusagen mit der Angel An mich gewerbe Und dann ganz schnell hintereinander die schlage Zeige ich dir das mal Wenn es jetzt funktioniert Und zwar So Im Flug Es hat gar nicht funktioniert Es funktioniert öfters im Wasser Das ist echt gut Weil man halt sozusagen Leute so richtig verwirren kann Und richtig schnell schlagen kann Und Okay Okay da haben wir ihn Tut mir jetzt ein bisschen leid Weil er mir gerade noch so lieb Meine Sachen wieder gegeben hat Was ja Ich war ja so dumm wirklich Wir haben meine komplette Rüstung weggeschmissen Aber Ihr wisst jetzt immerhin Dass das möglich ist Und wir gehen mal kurz auf den Baum Rauf wenn das geht So Nicht so weit Oh Gott Das war knapp Wir haben auch noch einen Geschwindigkeitstrang Okay Er hatte nicht so krasse Rüstung Und Oh Das war ein bisschen knapp Zack Hat nicht funktioniert Okay Nochmal Ne auch nicht funktioniert Oh Da liegen Sachen Will ich haben Will ich haben Ich will erstmal ganz schnell Gold abfüllen Ich hoffe mal Da sind ganz gute Sachen dabei Und Komm Da bist du gleich tot Probier's gar nicht erst Und da haben wir in der Luft gekriegt Das meine ich Dass man sozusagen Leute angelt Und genau in der Luft schlägt Und alter Wir haben jetzt einfach einen OP-Bogen noch Den ich mir eigentlich kaufen wollte Aber einfach keine Coins von hatte So Schutz 2 Nehme ich Ist besser Und was hat der hier so drauf Schutz 2 Dort ein Schuss Ich behalte einfach meinen Schuss sicher So und der schreibt Na meine Süßen Ja Wo Seid ihr So jetzt bin ich mal gespannt Wo die sich verstecken Hinter dir Alter Ah Das war wirklich Das wäre so ein schlechter Spruch Wer ist wirklich hinter mir Und Verarscht Ich hoffe mal Der hat keine Flamme Okay Er hat keine Flamme Sehr gut Und Kombo Nochmal Ich hoffe mal Dass der letzte Gegner sich nicht vercampt Ist ja ein bisschen fies Wir bekommen gleich einen Kompass Da darf mein Inventar nicht voll sein Oh Sag mal Hat er einen golden Apfel gegessen? Nein Ich wollte ihn irgendwie so ein bisschen runterangeln Und den Fallschaden geben Das hat nicht funktioniert Aber jetzt haben wir ihn Okay Er schreibt Hab nix So was mache ich eigentlich nicht Muss ich ehrlich sein Weil jeder hat sozusagen Das was er sich selber erspielt hat Da bin ich halt immer so ein bisschen blöd Weil Leute schreibt Ich hab nix Der ist noch okay Aber so halt Leute die dann schreiben So yo Ich campe jetzt weil ich nix hab Das finde ich immer so richtig Richtig behindert Ja natürlich bin ich nett So Nicht sterben Komm runter Ja Und jetzt folgt mir Das machst du super Hier Komm mit Der ist jetzt einfach mein Hund an meiner Leine Warte ich angle mal genau in den Stuff rein So bitteschön Hier ein Gold Apfel für dich Ja ja Hier ein Gold Apfel für dich Nein Er hat ihn Er hat ihn Komm nochmal Da bin ich verarscht Jetzt komm her Wir töten dich Bam Hab den viel zu guten Stuff glaube ich gegeben Aber So nett bin ich einfach mal Aber nur aus dem Reise Das mach ich nicht immer Müsst ihr wissen Besonders halt nicht wenn Leute davor campen Und dann halt noch Sachen haben wollen Okay wenn es nicht anders geht Dann muss ich es halt so machen Weil ja sonst niemand gewinnt Das ist natürlich immer ein bisschen doof Wow Ja okay ich hab halt den OP-Bogen ne Ich weiß zum Glück so in etwa was auf seiner Rüstung ist Und da hat er verloren Okay Wir hatten 12 Herzen Das heißt wir hatten mir gar nichts gezogen GG Wir können mal gucken welcher Platz ich inzwischen bin Getdown 78 Okay ich bin wieder ein bisschen weiter vorangekommen Weil ich war zwischenzeitlich auf Platz 88 Und jetzt wieder auf Platz 78 Könnt mir gerne die Kommentare schreiben Ob ihr diesen Trick schon kanntet Oder ob der jetzt neu für euch ist Und dann würde ich sagen Bis dahin macht's gut Und Tschüss Tschüss